Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ja, dann probierst du das auch gleich mit und würde dich nochmal ein bisschen in das Reich der Jugend entführen. Und Handschuhe gebe ich dir schon mal meine, die wirst du nachher auch noch brauchen. Was wir jetzt in der Kamera nicht sehen können, Tobias und ich stehen hier, aber ich gehe jetzt mal kurz rum. Hier stehen mehrere THW-Helfer. Ich würde jetzt einfach sagen Kameraden, aber sie sind hier Helfer. Wer bist du denn? Ich bin Micha. Micha. Erik. Erik, den kennt ihr ja schon. Jan. Jan. Ich bin Olaf. Olaf. Erik. 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 Jasmin. Jasmin. Florian. Florian hier, der Silberträger. Wir erinnern uns. Finn, der mir versucht hat zu zeigen, wie man das richtig macht. Der David. David, super. Und wir wollen das jetzt gemeinsam machen und du hattest vorhin gesagt, wiederhol das bitte nochmal. Ja, er wollte hier leichte Lasten bewegen, oder was? Leichte Lasten. Wir wollen leichte Lasten bewegen, deswegen brauchen wir hier noch einen, der in einem Schleifkorb. Ach komm, nimm mich. Ne, okay. Also das heißt, einer geht in den Schleifkorb und dann wollt ihr mit was? Was wollt ihr da machen? Genau, wir haben hier einen Greifzug. Ein Greifzug? Was ist denn ein Greifzug jetzt? Guck mal. Für die, die es nicht wissen, die TH nicht so kennen. Sieht aus wie eine Munitionskiste. Also man braucht Drahtseile schon mal dafür. Und jetzt? Steht mal ein Greifzug. Ne, steht sogar drauf. Genau. Bewegen von schweren Lasten, Fahrzeugen, irgendwelchen Trümmerteilen, zur Unterstützung beim Bäume fällen, dass man in eine Richtung tippen kann. Genau. Bäume, die in irgendeine gefährliche Richtung drohen zu fallen, das ist auch für die Feuerwehr ganz interessant. Und wenn man die umsingen muss, kann man auch mit dem Greifzug in die Zwangsrichtung ziehen, wie man will. Weil das hat ganz schön Kraft. Das heißt, wir ziehen dann den zarten Willi hier einmal im Schleifkorb durch die Gegend. Also Florian mit Jasmin, Erik, Erik und Micha bereiten den Greifzug an den Baum vor, legen eine Rundschlinge an. Und der Rest der Gruppe bereitet das Stahlseil vor und bringt die Schleifkorbfrage in Position. Einmal ausführen. Und wer bringt mich in Position? Du, sich selber. Weißt du, da kann ich auch selber gehen. Okay, da kommen wir mal zu. Die machen nämlich die eine Seite jetzt wo fest? Am Baum, habe ich gehört. Da bin ich mal ganz gespannt. Also wir sehen jetzt hier, wie sie jetzt die Rundschlinge um den Baum rum machen, weil sie bei der Buffet war ja, dass sie mich von dem Baum aus quasi ziehen. Das heißt, wir machen jetzt einmal die Rundschlinge da rum. Und man sieht schon die Jugend wie die Großen. So, jetzt ziehen sie das vor, sozusagen eine kleine leichte Vorspannung, weil die haben am Ende schon am Schleifkorb festgemacht, da wo ich gleich reinkomme. Und hier machen sie jetzt das Ende, da haben sie das Draht ja schon mal vorgezogen. Die Rundschlinge ein. Genau, da legen sie die Rundschlinge ein. Wir haben uns hier sechs Streifen drauf, das sind sechs Tonnen, doppelt gelegt für Tonnen. Reicht das für dich? Zu Null können wir noch einnehmen gleich. So, offiziell wird er jetzt hier aus meiner Freundesliste gestrichen. Ich habe dich schon abonniert. Oh, scheiße. Okay, ich verzeihe dir. Aber ja, zwölf Tonnen sollten reichen. So, okay. Also der Willi fragt jetzt erstmal nochmal nach. Wir haben jetzt hier den Greifzug, der ist jetzt da festgemacht mit diesem Rundschlinge und dem Baum. Als Festpunkt. Als Festpunkt. Das heißt, der Baum bleibt stehen hoffentlich. Genau. Wenn nicht, müsste ich wirklich was machen. So, das heißt, ihr habt das Drahtsaal durchgeführt, das ist hinten am Schleifkorb dran. Okay. Und dann müsst ihr jetzt hier gleich pumpen, oder wie läuft das? Da bin ich ganz gespannt. Es gibt zwei verschiedene Hebe hier drauf, die wir quasi benutzen können. Einmal, um das Seil wieder rauszugeben und hier einmal, um das Seil reinzuziehen. Ah, okay. Gut. Dann lege ich mich hinten schon mal rein, bin ganz gespannt. Aber nicht zu schnell. Aber da kommt die Jugend auch nochmal, weil du musst ja eingebunden werden, damit dir nichts passiert. Und das haben wir schon das ganze Wochenende geübt. So, also bitte, ich war nett zu euch, ja? Okay. Dann gucken wir uns das mal an jetzt. Jungs, ich kam hierher in Frieden und passt bitte auf das Mikro auf. Passt bitte auf das Mikro auf. Geht das? Macht oben nur locker dafür. Also ich muss ganz ehrlich sagen, die Feuerwehrleute sind nicht so zärtlich. Jetzt kriege ich Ärger. Jetzt wird gewuppt hier. Wir überprüfen euch aufs Held und drehen nicht mal über ein Wasserbecken. Boah, das ist wirklich schön. Können wir gerne gleich machen. Ist euer Rücken. Ruhig richtig zusammen. Ich will mal ruhig schön eng los jetzt. Ich spüre noch gar nichts. Ich kann die Finger noch bewegen. Ja, nicht mal lange. Sehr schön. Was noch los? Super. Ich bin hier gleich ein, das ist herrlich. Und dann mal Zug. Ich schieße hier über den Boden. Wenn es schnell geht, macht nix. Das ist natürlich vom Bewegen von schweren Lasten. Du, ich kann es bloß, dass es mich grad nicht wehren kann. Wenn irgendwas über die Feuerwehr sagen wir, ist grad günstig. Er kann nix machen. Ah, ich drehe dich. Ich spucke. Ich muss sich jetzt vorstellen, dass das hier irgendwie ein 40-Tonner ist, der auf der Autobahn verunglückt ist, halb im Graben liegt. So, wenn ich hier raus bin, Alter, dann kannst du laufen. So, war schon ganz schön Tempo. Wichtig ist auch für den Kameramann, wenn wir jetzt hier wirklich unter irgendwelchen schweren Bedingungen arbeiten würden, zum Stahlseil, anderthalbfache Länge Sicherheitsabstand, wenn es reißt, kann es nämlich umherspringen. Deswegen sind auch alle anderen aus dem Gefahrenbereich raus. Aber ich denke mal, weil wir grad ne Federlast bewegen. Ja, siehste. Leben am Limit. Vielen Dank, ne? Immer die Jugend, du warst der Hauptpumper hier, danke dir. Super. Ne, hab mich auch hier sicher gefühlt. Die Schleifspuren waren schon vorher hier auf dem Bogen. Die sind nicht von mir. Sebastian, wir machen mal ganz kurz, schon mal vorab, mal so einen Draufblick ganz grob, was eure Autos so haben, ne? Ja, genau. Wir machen vielleicht nochmal eine separate Fahrzeugkunde. Gerne. Das wollen wir aufmachen, aber das ist jetzt, was für ein Fahrzeug? Das ist unser Gerätekraftwagen 1, also kurz GKW 1. GKW 1. Das heißt, das ist quasi das Multitool, also das deutsche Taschenmesser, nicht das Schweizer. Das deutsche Taschenmesser, was das THW einsetzt und in allen 668 Ortsverbänden vor Ort integriert hat. Das ist in der Bergungsgruppe, also früher mal erste Bergung, ne? Gerade, wer noch nie umgestellt hat im Rahmenkonzept, da ist es noch erste Bergung. Bei uns heißt es Bergungsgruppe mittlerweile. Dort ist quasi alles für den Erstangriff erstmal drin. Ja, das heißt, wir können so ziemlich alle erste Hilfemaßnahmen erstmal einleiten, bevor die weiteren Fachgruppen bei uns dann anloggen. Deshalb Schweizer Taschenmesser. Ja, wir können erstmal alles bedienen. Du siehst also, hier vorne sind wir hydraulisch schon mal gut aufgestellt. Schere-Spreizer können wir. Aber du siehst, dann gibt es auch gleich weiter bei der Motorsäge. Das heißt also, auch Holzarbeiten sind uns nicht fremd. Ja. Also ganz ehrlich, das Sägen habe ich beim THW damals gelernt. Bei der machen wir wirklich viel. Die ganzen Konstruktionen damals. Böckel bauen und was weiß ich. Das war ja immer Kettensäge und das war wirklich sehr interessant. Ja, genau. Da sind wir auch mal. Aber ich sehe gerade hier, ne? Feuerwehrleute, was ist das? Die? Ne? Zulose steht es auch drauf, ne? Genau. Acetylen. Also das heißt, wir können auch schweißen, brennschneiden, genau. Für die unterschiedlichsten Gefahrensituationen, die es gibt. Du siehst hier vorne auch Gesteinsbearbeitung erhebend von schweren Lasten ist uns auch nicht fremd. Das heißt, eine Hüfteplatte hast du dann hier entsprechend aufverlastet, um halt das Fahrzeug, wo jemand untergeklemmt ist oder ähnliches nochmal anzuheben und dann zu unterbauen, um entsprechend auch einfach oder schwere Steine, die auf etwas draufgefallen sind, einfach höher zu kriegen und die Last dort unter wegzuziehen. Klar, klar. Okay, also GKW 1. Und dann auf der anderen Seite geht es dann natürlich gleich weiter. Hier vorne Seilbinde. Das heißt, wir können auch mehrere Lasten rausziehen, wie du schon gesehen hast. Oh Mensch, hier mit Werkbank. Ja, selbstverständlich. Das heißt, hier vorne dann auch Holzbearbeitung, Gesteinsbearbeitung weiter drin. Beleuchtung. Ja, ich sagte ja, wir sind am ersten Einsatz erstmal da. Wir können erstmal aufbauen. Die erste Bergung guckt schon mal, muss etwas in Sachen Bergung gemacht werden. Können dann auch schon mal die Einsatzstellen ausleuchten. Stative, da haben wir Feuerwehr, THW, da sind wir uns immer nicht so einig, was so bedeutet. Wir hätten gerne mal einen Lichtmast. Ja, genau. Bei uns sind Lichtmasten auf Anhängern mit eigenem Stromaggregat. Ja, wenn man zwei davon haben möchte. Ich denke immer groß. Genau, wird das ein bisschen mehr. Also das ist dann ein Stativ. Das meint ihr meistens mal so als Lichtmast, habe ich jetzt gelernt. Können wir auch. Denken Sie groß, übernehmen Sie die Show. Wir helfen euch da so gerne. Wir müssen ein Wording finden. Dann AGT hatte ich ja vorhin schon gesagt. Macht ihr auch? Genau. Macht ihr das noch in Ronnenberg? Machen wir auch in Ronnenberg. Das hat sich jetzt weiter nach Bad Nennow verlagert in unserer Ausbildungsstätte. Aber Ronnenberg ist auch noch federführend immer dabei. Cool. Was die Fortführung auch ABC, also CBRN angeht. Da sind wir ja alle gerade noch so ein bisschen im Aufbau. Das THW reformiert sich da in Teilen noch. Also diese Ausflüge hier, das ist schon ein bisschen so Transformer-mäßig. Finde ich schon schön. Ziehste raus. Ja, man sieht hier schon viel auch zum Unterbau. Genau, Bausteifen. Das heißt dann wirklich da ordinäre Bergungsarbeit, Absicherung kann hier getrieben werden. Der Steifkorb wohnt da eigentlich. Da bist du ja gerade noch mit unterwegs gewesen. Lang geschossen. Ja, schön. Genau. Einzelne Holzteile, Rettungsfragen haben wir natürlich auch. Also alles hier entsprechend vertreten. Wie gesagt, als erstes mit vor Ort meistens und kann dann erstmal die erste Hilfe leisten, bevor dann die weiteren Gruppen nachgefordert werden. Und dann hier die Dekornschleuse. Oh, mit Sonnenberg. Das ist schön. Mit Sonnenberg. Bis zum nächsten Mal. Wie gesagt, es istsuche das. Wir laufen einen schönen Tag, der Karten ausgesucht. Und dann haben wir die Dekornschleuse. Oh, ein kleineren Tag. Das ist ja passiert. Ja. Ja. Ich bin einer Costa-mäßig. iyer. Ich bin einer. Ich bin einer. Das ist ja. Ich bin einer. und einer. Ich bin einer. Ja, das ist auch ganz gut. In der Bergungsgruppe sind sie nämlich auch schon zu zweit mit den Damen. Ja, also wir haben da durchaus vielleicht auch überrepräsentativ viele Damen bei uns im Ortsverband. Also es gibt nichts, was einen begrenzt. Es gibt bei uns kein Alter, ist kein Hindernis, Beruf ist kein Hindernis und Geschlecht ist auch kein Hindernis. Also du kannst einfach kommen und wir gucken dann, wo du am besten reinpassen könntest. In welche Gruppe, in welchen Teil des Ortsverbandes. Du bist immer gerne willkommen. Und ich bin hier zwischen und ich kann nur sagen, also rein kameradschaftlich. Sagt ihr auch kameradschaftlich untereinander oder was ist bei euch das Wort? Ja. Oder helferlich. Nee, wir sind Kameraden. Okay. Also rein kameradschaftlich. Heißt ja, Glück auf bei uns, aber wir sind Kameraden. Heißt das Glück auf bei euch? Heißt das Glück auf. Schön. Also ich kann nur sagen, also hier wird er bestimmt Spaß haben. Die Kameraden sind sehr sympathisch, kann ich mal so sagen. Also die ich jetzt so alle hilfsbereit nett einfach mal herkomme. Und für die, die sich nicht trauen, wäre Sebastian zum einen. Ich behaupte, ich sage es einfach mal so. Habt ihr einen festen Ansprechpartner Sebastian bei den Jungs? Wo bestimmt auch ein paar Mädels geben, die dich ansprechen wollen. Und Jasmin ist dann auch die gute Seele, die ihr ansprechen könnt. Die habe ich jetzt einfach auserkonnt und ich gesagt habe, die macht das jetzt. Dann habt ihr einen festen Ansprechpartner beim THW in Wunsdorf. Das ist beim Bahnhof da direkt in der Nähe. Genau, genau. Okay, schön. Kann ich nur empfehlen. Und wenn ihr gar nicht traut, dann schreibt er mir eine Nachricht. Dann komme ich mit euch und nehme eine kleine Hand. Kein Problem. Sehr schön. Also ich merke schon, THW macht immer alles ein bisschen größer, ne? Ja, wir werden auch meistens mal bei den größeren Einsätzen geholt. Und dann brauchen wir halt auch mal so ein bisschen größeres Material. Also ihr liebt auch so ein bisschen euch den Auftritt. Achtung, wir sind jetzt da. Wir sind schon ganz schöne Kracher hier, muss ich schon sagen. Du bist ja der Wasserchef. Nein, ich bin nicht der Wasserchef. Ich bin der Truppführer von der Fachgruppe Wasserschaden Pumpen. Ja. Und ja, was machen wir? Wir sind immer dann da, wenn die Feuerwehr nicht mehr weiterkommt. Oder Unterstützung braucht. Dann habt ihr ja gar keine Aufgabe. Nein, also, wir wissen ja, wie das gemeint ist. In Großschadenslagen, letzte Situation war bei uns jetzt Meppen. Das ist vielleicht bekannt. Hat sich die Bundeswehr ein Problem. Da waren wir knapp drei Wochen, wenn ich ein bisschen mehr im Einsatz mit unserer Großpumpe. Die ist jetzt hier nicht da. Und haben 5000 Liter in einer Minute permanent ins Moor gepumpt. Okay, das heißt, die Feuerwehr hat das Wasser vorne abgegeben und die haben sich darum gekümmert, dass wir hinten auch Wasser einmal nachkriegen. Genau, genau. Wir haben immer Wasser reingefördert, hatten zwischendurch große Becken aufgebaut, so ähnlich wie das. Da hat die, nur ein bisschen größer, und da hat die Feuerwehr gleichzeitig noch rausgezogen und wir haben immer weiter noch tiefer ins Moor reingefördert. Super, schön. Ansonsten können wir vom Ufer Wunsdorf, wenn wir ausdrücken, 23.000 Liter die Minute mit Großpumpe und normaler E-Rekro-Pumpe, so welche wie hier. Die schaffen etwas mehr als 2.000 Liter die Minute, die Pumpe. Und welche, die wir hinten in dem Wagen haben. Aber das ist mehr für so einen Lenzbetrieb eigentlich, oder? Genau, die wird so, wie sie ist, außer der Stromkasten, wird sie komplett ins Wasser reingeschmissen. Ich meine, ein Lenzbetrieb macht ja keinen Druck groß, oder? Kein Auslastdruck. Genau, also egal, welches System wir bei uns fahren, bei unserer Großpumpe maximal 2,5 Bar, dann ist es vorbei. Dann hört es bei uns auf. Genau, also das sind klassisch, sagen wir mal, die mehr Lenzpumpen, weil die halt eher nur zum reinen Wassermengenfördern gedacht sind und nicht für einen Druck, für einen Strahlrohr, was mit 7 Bar fährt oder sowas. Ja, okay, interessant. Schön. Dann würde ich sagen, vielen Dank erstmal dafür. War eine interessante Rundführung und schade, dass man nicht alles gleichzeitig machen kann. Sebastian, erstmal nochmal schönen Dank für die Rundführung. Super interessante Sachen, tolle Sachen habt ihr aufgebaut und viele Mitmachspiele, also finde ich sehr sympathisch. Also das finde ich total klasse und eine super fähige Truppe. Das ist auch so ein bisschen der stellvertretende Ortsbeauftragte. Genau. Das ist wie bei uns Ortsbrandmeister, glaube ich, ungefähr, naja, ein bisschen höher schon. Genau, also das ist der Ortsbeauftragte, der quasi Ortsbrandmeister hat. Ich bin quasi derjenige, der in Verwaltung meint. Genau, also das ist der Ortsbrandmeister, also Wolfgang, genau. Also ja, starke Truppe, finde ich toll. Also man merkt das straff geführt. Nein, ganz sympathisch. Ich bin auch stolz darauf, solche Truppe zu haben, die auch einiges leisten kann und auch schön ausgebildet ist. Ist wirklich top. Also man merkt, alle packen an, alle haben Lust. Das ist schön. Also es fängt ja am Kopf an und das scheint bei euch zu stimmen. Also dafür erstmal ein großes Lob, wirklich. Wenn jetzt jemand mitmachen möchte beim THW, man weiß ja, das ist ja ehrenamtlich auch, was ihr macht. Bei uns ist alles ehrenamtlich. Auch wir sind ehrenamtlich, die Leitung und wer mitmachen will, jederzeit gerne, jeder von jung bis alt und kann sich gerne am Mittwoch in der Bahnhofstraße 83 von 19 bis 21 Uhr einfinden. Der kriegt eine Information noch, wie das THW funktioniert und wer Interesse hat, kann gerne kommen. Dann kannst du auch vielleicht nochmal einen Dienst reinschnuppern. Wir haben alle 14 Tage, haben wir feste Dienste. Da kann man dann mehrere Sachen nochmal sich angucken. Da können wir dich auch gerne nochmal begrüßen. Du hast ja heute nochmal einen kleinen Teil gesehen. Ich habe wieder Blut geleckt. Genau. Nochmal zu gucken, was gibt es noch weiteres in Bunsdorf. Wobei wir natürlich immer noch einen Teil des THWs abbilden können. Und wenn die Jugend Interesse hat, dann kann sie auch gerne freitags mal reingucken zwischen 17 und 19 Uhr. Freitag? Jeden Freitag? Nicht jeden Freitag. Deshalb empfiehlt es sich immer, bei uns auf der Webseite nachzugucken. Okay. Wir haben alle zwei Wochen Freitag. Die blende ich mal ganz kurz hier ein. Für euch? Extra für die Jugend gibt es gleich vorne den Dienstplan, damit man nochmal gucken kann, wenn man das nächste Mal dabei sein sollte. Okay. Super. Also egal ob jung, alt, junge Mädchen, Mann, Frau, talentiert oder nicht, ob Bürokaufmann, Handwerker, egal. Ihr macht das alle ehrenamtlich. Das ist kein bezahlter Beruf. Ihr macht das in eurer Freizeit wie Feuerwehr meistens auch. Genau. Also kann man einfach kommen, man kann nichts falsch machen. Ihr habt Ansprechpartner, habt ein paar gesehen. Und einfach herkommen und ganz entspannt. Also Jugend, wir blenden das hier nochmal ein. Und mittwochs sind die Aktiven am Arbeiten. Also ich finde das super. Also könnt ihr mir glauben. Ich fühle mich hier wirklich wohl. Ich hoffe, ihr könnt das bestätigen, wenn ihr mal hingeht. Einfach mal gucken. Gucken und einfach versuchen, hinterher werde ich jetzt sagen, man gut, dass ich da war. Gut. Alles klar. Schönen Dank. Wir freuen uns, dich wieder begrüßen zu haben. Ja, gerne, gerne. Vielen Dank, Wolfgang. Und wie gesagt, ganz toll. Und für euch nochmal einen kleinen Werbefilm von unserer Seite her. Da kannst du nochmal alles nachgucken und schauen. Cool. Ein Werbefilm vom THW. Habt ihr das selber gemacht? Haben wir selber gemacht. Finde ich ja stark. Finde ich toll, dass Sie das machen. Also gleich nochmal für den obersten Chef, gleich nochmal einen Daumen hinterher. Finde ich gut, so eine Aktion. Super. Guck ihn mir an. Wenn du das beim nächsten Mal genau sehen willst, dann zeigen wir dir das. Alles klar. Okay. Dankeschön. Das freut mich aber. Wir haben ein bisschen gerührt. Dankeschön. Gerne. So, wir beide gehen noch ein Eis essen. Danke. Machen wir. Aber ich muss mit der Jugend gehen. Ich muss sagen, es gibt unangenehmere Stellerung heute. Stellerung. Not good. Das ist besser, dass ich nicht draufliege. Das passt. Sonst legst du es mir höher. Legst du mir über den Mund. Halt ich die Klappe. Zieh mal ein bisschen. So richtig mögen tut er mich nicht, ne? Steht neuer werden. Zieh zu, die Ratte. Das ist so schön. Die tauschen gerade den Mann. Ich weiß auch nicht, der hat wahrscheinlich Titelsamt wegen mir. Ja, aber es ist schon, wenn man überlegt, wenn das jetzt wirklich ein LKW ist, in der Geschwindigkeit, ist es schon ganz ordentlich. So ein blöder Greifzug, ne? Ist schon mächtig. Ich sage mal tschüss, ne? Ja. Bis dann. Macht's gut. Euer Feuer, Willi. Ich sehe nichts.